Guten Abend, ich bin noch sehr berührt von der Vorrednerin und ich habe das Gefühl, ich bin absolut richtig hier. Mediha auf der Flucht. An welchem Fluss war es? Wie hieß er? Ja, es war der Meritsch-Fluss. Doch ihr Gott Frontex hatte Orpheus befohlen zu schweigen. Wir gelangten von der türkischen auf die griechische Seite der Grenze. Es war bei Sonnenuntergang und wir rannten mehrere Kilometer bis zur Straße und den Gleisen. Ich konnte vor Schmerz und Erschöpfung nicht mehr gerade laufen. Jemand schaute sehr besorgt zu mir. Du brauchst einen Arzt. Herr, einen Arzt, dem ich die Wunde, die ich bin, zeige. Ich schüttelte den Kopf. Nein, weiter. Weiter über den Zaun, den ersten, dann über den zweiten. Auf, mach schon. Räuberleiter, Herr, ich weiß nicht mehr, wie und woher wir die Kraft nahmen. Und schon gingen die Scheinwerfer der Polizei an. Sie hatten Infrarot-Kameras und sie schlugen auf die Männer mit ihren Schlagstöcken ein. Ich weiß immer noch nicht, warum man uns das an den Grenzen schlägt, unsere Boote auf dem Meer ertrinken lässt, uns wieder in das vorige Land, das wir mit unseren letzten Kräften passiert haben, zurückdrängt. Ich kenne ihre Gesetze nicht. Sind das ihre Gesetze? Sie schoben die Männer wieder ab in die Türkei. Es waren Söldner, auch Menschen auf der Flucht, die mit den Griechen kollaborierten, um selbst nach Griechenland einreisen zu dürfen. Sie hatten sehr alte Boote, in denen sie die Menschen auf der Flucht über den Meritschfluss wieder zurückdrängten. Viele ertranken, stumm, im Evros, der ihre Köpfe und Körper ins Ägäische Meer trug. Vielleicht erreichten sie die Insel Lesbos als zerfledderte Leichenteile. Das war eine Schande. Dieses Europa und diese Menschen, die uns das antun. Mir fehlen die Worte. Ist das der Kontinent, der die Menschenrechte hochhält? Sind wir keine Menschen? Tiere behandeln sie besser. Sie bauen sogar Brücken für Tiere, damit sie nicht überfahren werden. Und für uns bauen sie Zäune, damit wir dazwischen zerfleischt werden. Ich habe Angst, auf ihren Boden zu treten. Ihre kalten Blicke auszuhalten. Wir schreien ja nicht um Hilfe, sondern bitten nur leise. Es gibt genügend mündige Bürgerinnen, die sich um das beste Argument sorgen, uns wieder loszuwerden. Oder doch ihr unterzubringen in irgendeinen Job, den sie hassen. Pflege, Müllabfuhr, Küche, Bau. Wir gehören leider nicht zu Upper-Class-Refugees. Wir sind leider nur Second- oder Third-Class-Refugees. Teile und Herrsche. Hat schon im alten Rom funktioniert. Nicht, dass wir uns noch untereinander solidarisieren, gegenseitig helfen, unterstützen, Kraft oder Tipps geben, wie man dieser Hölle namens Bürokratie entkommen kann. Kafka wusste es besser. Es gibt kein Entrinnen. Ich hätte auch gerne gleich eine Arbeitserlaubnis und einen Aufenthaltsstatus bekommen. Aber das gibt es nun mal nicht für drittklassige Menschen wie mich. Ich habe ein Tuch zu viel auf dem Kopf. Augen, die zu dunkel sind, um durch sie hindurch zu schauen. Eine Sprache, die sie nicht lernen wollen. Ich stamme aus einer Zivilisation, die beängstigend älter ist und für die sich niemand außer ihre Regierungs- und Kolonialbeamten interessiert haben. Was gibt es bei uns zu holen? Ressourcen, meinen sie. Was würden sie uns dafür geben? Kugeln und Bomben. Wir danken ihnen herzlich. In aller Ewigkeit sind wir ihnen zu Dank verpflichtet. Für die Zerstörung unserer Häuser, die Ausbeutung unserer Ressourcen, das Klimadesaster, die Vergiftung unserer Umwelt. Wir danken euch für all die Minen, auf denen unsere Männer und Kinder in Stücke gerissen wurden. Wir danken euch für die Ausweitung des Heroinanbaus unter der Regie deurer Geheimdienste und der unseren. Danke auch für die Horden an UN-MitarbeiterInnen, die für 10.000 Dollar im Monat ein paar Stunden durch die Straßen fuhren und das einen Field Trip nannten. Sie konnten sich nach vier bis fünf Jahren steuerfreies Leben in unserem Staat sicherlich eine Luxusvilla an der Côte d'Azur kaufen und das war auch das Ziel einiger. Ein Haus hier, ein Haus dort. Und unsere zerstörten Häuser besuchten sie dann, machten Fotos, sprachen mit den Betroffenen und kamen nie wieder. Das nannten sie Beweise sammeln für eine Intervention bei den Streitkräften. Als ob die sich für diese Interventionen, die immer im Geheimen abliefen, interessierten. Schwierig wurde es nur, wenn etwas an die Öffentlichkeit gelegt wurde. Dann musste man schnell wieder ein Attentat erlauben, damit die Aufmerksamkeit in den Medien davon abgelenkt wurde. Wir kannten ihr Spiel zu gut und sie dachten, wir seien dumm. Dumm. Analfabeten. Sie kamen mit der Parole, wir bringen euch Demokratie. Ach ja? Wirklich? Während sie alle Warlords und Talibs in das Parlament reinließen. Danke. Danke, dass Kriegsverbrecher weiter an der Macht bleiben konnten. Das habt ihr ja auch ganz gut geschafft, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Henker wieder in die Schulen, Ämter, Gerichte zu schicken. Die sollen mal jetzt arbeiten und ihr zerstörtes Land aufbauen. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Aber einen Marshallplan gab es für uns nicht. Wie werden sie uns rahmen? Wie darstellen auf ihren Fotos und in ihren Medien? Welchen Titel und welchen Untertitel wird man uns geben? Und vor allem, wer zu welchem Zweck? Sie werden es so darstellen, als sei das die Wirklichkeit. Und nicht verstehen, dass es nur ein Ausschnitt, ein fremdgewählter Ausschnitt sein wird. Doch diese Bilder ohne Text sind bedeutungslos. Es werden daraus nur Narrative entstehen. Keine Abbilder der Wirklichkeit. Sind wir minderwertiger, lebensuntauglicher, zu fremd, zu andersgläubig, zu andersaussehend, zu viel Tuch um den Kopf, nicht schick genug, nicht blond genug, nicht hell genug, nicht grüneugig genug? Woher kommen diese Kategorien? Denen helfen, denen nicht. Die bekommen Rechte. Ihr den Schlagstock ins Gesicht. Ist das Gerechtigkeit? Ist das Recht? Ihr Recht? Geschieht es uns Recht? Bin ich ein Sklave, dass man mir das antut? Vielleicht denken Sie, wir sind Ihre Sklaven und Sie unsere Herren. Menschenrechte. Ist das Ihr Gott, der so willkürlich die Rechte verteilt? Haben Sie überhaupt Götter, die Sie verwurzeln mit diesem Boden? Sind wir Neophyten, die Sie ausrotten wollen, da Sie die einheimische Art verdrängen? Ist das Ihre Angst? Angst, dass die Natur ihre Pflanzenarten verdrängt? Nicht einheimische Menschen würden Ihre mit diesem Boden verwurzelte Menschen verdrängen? Wie erbärmlich. Jeder Vogel weiß, dass Grenzen ein Hirngespinst des Menschen sind. Sie haben Angst vor dem Terrorismus, terrorisieren, ermorden uns aber an ihren Grenzen. Seit Jahren bombardieren und besetzen sie meine Heimat, führen sich auf wie die Argonauten auf der Argo, wenn sie durch unsere Straßen stolzieren. Doch es ging ihnen nie um uns, sondern nur um sie selbst. Brüsten sich da, mit dem posthumanen Zeitalter zu sein, hauptsächlich in einer Cloud zu leben und vergessen, dass das Erz in unseren Bergen und das Öl in unseren Ländern gefördert wird. Sie leben in der Illusion einer Immaterialität und wir in der Kriegs- und Umweltzerstörung auf unseren Territorien. Ihren Tod möchten sie besiegen, unseren treiben sie voran. Ja, den Körper verbessern, das könnt ihr. Aber den unseren darf man ruhig zerstören, ertränken, aufspießen, am Stacheldraht zauen. Unsterblich werden nur die Reichen. Nutzlose Klasse sind wir. Nicht die besitzte Algorithmen, sondern ihre Wirtschaftsbosse. Unbrauchbar sind wir. Ja, so nennen sie die nutzlose Unterklasse. Unbrauchbar. Was ist das Menschliche? Ist es eine Substanz? Ich habe meine ganze Lebenskraft aktiviert. Ich habe sie gänzlich verbraucht. Und du? Du möchtest dich erhalten. Aufbewahren nennst du das. Dies, das Menschliche. Doch alles, was du konservieren willst, ist reproduzierbar. Was ist eure Identität? Humanoide Wesen mit verdrängtem Migrationshintergrund? Applaus Applaus Ja, ich bin einige. Ich bin einiger. Das ist eine hire, was ich bin. Ich bin einiger. Das ist eine gewisse Zuhörgern. Ich bin einiger.